Vor knapp einem Jahr hat uns Bundeskanzler Scholz ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Was haben wir bekommen? Stattdessen eine Rezession. Wie heute bekannt wurde, ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 geschrumpft. Und man kann nicht umhin zu sagen, dass das wohl auch mit dieser Regierung etwas zu tun hat. Denn ein genauer Blick auf die Daten zeigt, was da besonders gelitten und geschrumpft ist im Jahr 2023. Und es ist die gute alte Industrie in Deutschland. Also das, was dieses Land reich gemacht hat. Das, was dieses Land zu einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt gemacht hat. Und wenn man dann eine Politik macht, die, naja, sagen wir mal so, eher ideologische Konzepte im Blick hat. Nämlich diese Energiewende, die sich in der Theorie schön anhört, die gut gemeint ist. Keine Frage, die auch wünschenswert wäre eigentlich. Und natürlich eben die Abkehr von den fossilen Energieträgern eine saubere Zukunft gewissermaßen für unsere Kinder. Die Frage ist nur, wie realistisch ist das? Und mit dem Realismus, da hapert es ein bisschen, wie man sagen könnte. Denn wir sehen, dass diese ganzen Projekte nicht funktionieren. Dass vor allem diese totale Elektrifizierung, die ja geplant ist, schon an der Strominfrastruktur, an der Leitungsinfrastruktur scheitert. Dementsprechend muss man sich die Frage stellen, naja, was macht ihr da eigentlich? Ihr wollt auf Teufel komm raus, CO2-neutral werden. Stellt dann fest, aus der Kohle können wir vielleicht gar nicht aussteigen, weil wir zu wenig Strom, zu wenig Energie erzeugen. Bis 2030 und überhaupt wird am deutschen Klimawesen die Welt wahrscheinlich nicht gelesen, wenn andere wie Indien und China, die als Entwicklungsländer gelten und sich dementsprechend eben nicht an das Pariser Klimaabkommen halten müssen, letztendlich ihren CO2-Verbrauch deutlich nach oben schieben. Das lässt die Frage stellen, was bringt das Ganze hier? Müssten wir nicht andere Dinge tun? Müssten wir nicht gucken, Technologie zu entwickeln, unser Know-how zu nutzen, Gelder reinzustecken in Bereiche, wie wir anderen dabei helfen, weniger CO2 zu emittieren und damit noch Geld verdienen? Das wäre doch eigentlich das, was anzustreben wäre. Es passiert aber genau das Gegenteil, wie ich gleich zeigen werde. Schauen wir uns zunächst mal diese Aussage von dem Scholz-Tomaten an. Anfang März 2023 war es, da sagte er, er rechnet mit Wachstum wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Wegen der hohen Investitionen, Zitat, in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 60er Jahren. So also Scholz, das war das deutsche Wirtschaftswunder 2.0. Das Problem mit diesem Wirtschaftswunder ist nur, es findet nicht statt. Das erste Wirtschaftswunder hat stattgefunden und zwar in den 1950er und 60er Jahren. Hier sehen wir mal die Wachstumsraten Deutschlands, teilweise zweistellig, aber oft im hohen einstelligen Bereich, bei einer immer weiter zurückgehenden Arbeitslosigkeit in den 1950er und Anfang der 60er Jahre. Jahre 67 dann so ein kleiner Bruch, dann ging es aber wieder aufwärts und dann mit der Ölkrise wurde es teilweise wieder ein bisschen schwieriger. Da stieg vor allem die Arbeitslosigkeit an und eben auch die Inflation. Inflation ist auch hier ein Thema, aber auf jeden Fall sind wir weit entfernt von solchen Wachstumsraten. Das ist die Realität. Minus 0,3 Prozent im Jahr 2023 und wie Daniel Eckert hier aus meiner Sicht richtig sagt, ist das Frustrierende nicht nur, dass wir in eine Rezession gefallen sind, also dass unsere Wirtschaft schrumpft, sondern dass wir die einzige entwickelte Volkswirtschaft gewesen sind in 2023, die geschrumpft ist. Und das hat jetzt nicht mehr viel zu tun mit dem Ukraine-Krieg eigentlich. Da konnte man immer noch sagen, naja gut, Gas ist abgestellt worden, wir mussten ja andere Energieträger und so weiter und so fort. Dieses Problem hatten in ähnlichem Umfang andere auch, vielleicht nicht in dem Maße, aber jedenfalls sehen wir, dass wir offenkundig hier strukturelle Schwächen haben. Und wir haben vor allem Schwächen in der Industrie, also der Kernkompetenz, die einst Deutschland hatte. Hier sehen wir mal diese Industrieproduktion seit dem Jahr 2018. Deutschland hat am schlechtesten performt seitdem, was das Wachstum seiner Industrie betrifft. Alle anderen besser oder zumindest weniger schlecht. Und woran liegt es, wie wir hier aus den Zahlen genau sehen können, dass produzierende Gewerbe ohne Bau mit einer Schrumpfung von 2% Handel, Verkehr, Gastgewerbe auch schrumpfend, was gewachsen ist, Information, Kommunikation. Aber das ist eben nicht dominant in Deutschland. Also wir sehen, es ist vor allem die traditionelle Industrie, das Gewerbe, das hier Güter produziert, das letztendlich im Schrumpfungsprozess ist und damit die deutsche Wirtschaft mit nach unten zieht. Genau das ist das große Problem. Und das hat natürlich auch mit der Energiepolitik hier zu tun. Gleichwohl sehen wir auch die Industrieproduktion in der Eurozone mit einem Rückgang von minus 6,8% zum Vorjahresmonat. Aber die sind alle dennoch noch besser als wir. Respektive weniger schlecht könnte man sagen. Natürlich kommt Deutschland von einem höheren Niveau. Aber wir schaffen es offenkundig nicht, dieses Niveau zu halten. Und das alles sorgt dafür, dass der Scholz-O-Mat immer weniger Zustimmung erfährt. 19%, das ist der niedrigste Wert, seit man nach der Zufriedenheit fragt bei Kanzlern oder Kanzlerinnen. Gestern ja Auftritt von Scholz in Berlin bei dem Handballmatch der Deutschen gegen Nordmazedonien ausgepfiffen. Auch das ist vergleichsweise typisch. Und manche stellen schon die Frage, ob die Ampelkoalition mittlerweile nicht selbst ein veritables Standortrisiko ist. Denn man ist ja in diesem Dauerstreit um die Schulden, man verfolgt keine klare Linie. Diese Parteien passen nicht in eine Koalition in dieser Kombination. Und die Leute sind verunsichert, die Firmen sind verunsichert. Heute gilt das, dann gilt es nicht mehr. Das Förderprogramm hier, plötzlich heißt es am Freitagabend, ausgelaufen, Tropf ist leer. Also diese mangelnde Verlässlichkeit, auch die schlechte Kommunikation. Wo ein neues Wirtschaftswunder wirklich herkommen soll, das uns der Bundeskanzler versprochen hat, ist absolut nicht in Sicht. Es ist nicht erkennbar, wie überhaupt hier Impulse kommen sollen. Und dann sagen hier Apologeten, wie Max Schiritz, der bei der Zeit tätig ist, immer wieder deutlich machen, dass nichts von dem passiert wäre, wenn die Ampel einfach für 2024 die Notlage ausgerufen hätte. Ja, du kannst natürlich immer eine Notlage ausrufen, wie neulich, als es mal ein paar Tage hintereinander geregnet hat. Notlage, wir müssen die Schuldenbremse aussetzen. Aber wie mein Kollege Claudio Kummerfeld hier zeigt, man kann natürlich unbegrenzte Schulden machen, dann immer wieder die Notlage aufrufen. Am besten die Notlage dann zum Dauerzustand erklären im Grundgesetz und dann kann die Schuldenorgel rund um die Uhr laufen. Das Problem ist nur, dass du dann ein Thema kriegst, wie es die Amerikaner kriegen. Nämlich, dass du so viel Zinsen bezahlst, dass das dann dein größter Posten im Haushalt wird. Also du im Prinzip die Zukunft deiner Kinder schon mal im Jetzt verkonsumierst. Das ist doch gerade der entscheidende Punkt für diejenigen, die sagen, Mensch, wir können auch einfach mehr Schulden machen. Ja, kann man. Aber das ist im Grunde ein Gegenwartskonsum von Zukunft auf Kosten der Nachkommenden. Und wenn ich als Bundesverfassungsgericht argumentiere, ja, wir müssen Klimaschutz betreiben für die Nachkommen, die wir haben, dann muss man eben auch, wenn man so will, Finanzschutz betreiben für die Nachkommen, denn die müssen das dann bezahlen. Also es ist diese MMT-Diskussion letztendlich, dieses über Schulden geht alles. Und das Problem ist ja, dass diese Schulden von Deutschland gemacht wurden und vor allem in den Konsum gesteckt wurden. Erhöhung Bürgergeld und solche Geschichten. Und so hatte es heute dann der Finanzminister Lindner doch ziemlich schwer bei seiner Rede hier in Berlin vor den Bauern. Er ist ausgebucht worden, mit unschönen Rufen bedacht worden. Die FDP hat wahrscheinlich eine Okkasion verpasst, eine Chance verpasst, diese Koalition zu verlassen, um dann vielleicht eine andere Politik auf den Weg zu bringen. Natürlich sehen das viele Leute anders, je nach Parteipräferenz könnte man sagen. Aber hier sehen wir nochmal eines der Grundprobleme. Heute zum Beispiel Aral mit der Aussage. Für unsere Aral-Tankstellen, die praktisch mit, die modern funktionieren, sind schlichtweg die Leitungen, die Stromleitungen zu schwach. Teilweise können örtliche Netzbetreiber die Leistung, die wir für unsere ultraschnellen Nadesäulen benötigen, nicht bereitstellen. Das erleben wir an allen Ecken und Enden der Republik. Das heißt, du hast eine Idee, wir wollen da hin, aber du sorgst nicht dafür, dass du im Prinzip die Möglichkeiten hast, die Infrastruktur hast, damit das überhaupt passiert. Das haben wir jetzt wieder mal aus Baden-Württemberg hören müssen, weil diese Nord-Süd-Trasse nicht wirklich funktioniert. Strom wird, Windkraft zum Beispiel im Norden generiert. Dann wird dann nach Süden gebracht. Aber das ist derzeit kaum möglich. Die Kapazitäten sind ausgelastet. Deswegen der Aufruf an den Bürger in Baden-Württemberg am Vormittag, vor allem bis Mittag, möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Das zeigt schon, wie genial diese Energiewende funktioniert. Und dann eben auch die Entscheidung der Bundesregierung nun ausgerechnet bei der Batterieforschung zu sparen. Also bei jenem Bereich, der ja so wichtig ist, wenn ich schon diese Energiewende mache. Wir haben ja das Problem, dass die derzeitigen Batterien irgendwo in ihrer physikalischen und chemischen Beschaffenheit nicht weiterkommen. Elektrofahrzeuge, bisher noch kein Auto, das mal 1000 oder 1500 Kilometer fahren kann. Es sei denn, ich habe eine Batterie, die ist so groß wie fünf Häuser zusammen. Also das ist letztendlich ein Problem, dass du eine andere Technologie brauchst, dass du Gelder da reinstecken müsstest. Genau die werden jetzt gestrichen. Das heißt hier aus der Wissenschaft, das ist praktisch das Ende der deutschen Batterieforschung. Wäre dann wieder eine weitere Kompetenz, die wir verlieren, neben so vielen anderen Kompetenzen. Und auch jetzt nochmal zurück zu diesen Bauernprotesten. Özdemir hat jetzt einen Bauern-Suli vorgeschlagen. Das ist aber faktisch eine Steuer auf Fleisch und Butter. Also faktisch würden dann die Kosten wieder auf die Konsumenten umgelegt, statt mal zu gucken, wo könnte ich denn vielleicht Geld, das ja reichlich vorhanden ist. Die Steuereinnahmen 2023 des deutschen Staates mit einem neuen Rekord. Noch nie hat der deutsche Staat so viel Steuern eingenommen. Also das Geld ist ja da. Es ist aber ein Ausgabeproblem. Und hinzu kommt dann noch ein Problem mit Brüssel. Denn es ist so, dass Deutschland faktisch 100 Milliarden Schulden mehr hat, die aber nirgendwo so wirklich auftauchen. Denn es ist so, die Europäische Kommission nimmt im Namen der gesamten EU im großen Stil ja Kredite auf. Reicht das geliehene Geld an die Mitgliedstaaten zu einem guten Teil als nicht rückzahlbare Zuschüsse weiter. Und diese Schulden werden bei den Nationalstaaten aber nicht als Verbindlichkeiten aufgeführt. Aber im Rahmen der Gesamthaftung wird das dann dennoch wieder relevant. Diese Schulden sind ins Nirwana gebucht, wie der Finanzwissenschaftler Friedrich Heinemann hier sagt. Also das sind alles Dinge, die ja nach oben drauf kommen. Implizite Verschuldung des deutschen Staates, Pensionsansprüche hast du nicht gesehen. Also da sollte man schon ein bisschen vorsichtig werden. Und jetzt ist eben die Frage, können die Zinsen so stark sinken, wie die Märkte es sich derzeit erhoffen und wünschen? Hier hat Philipp Hildebrandt, ehemaliger Chef der Schweizer Nationalbank, also der Schweizer Notenbank, jetzt der Vize von BlackRock gesagt, das wird so wahrscheinlich nicht passieren. Denn die Inflation dürfte hartnäckiger bleiben, als die Märkte derzeit vermuten. Nagel, der deutsche Bundesbankchef, hat immerhin gesagt, naja, vielleicht könnten wir dann ab Sommer die Zinsen senken. Lain, der irische Chefvolkswirt der EZB, hat gesagt, also wenn wir jetzt zu schnell agieren, dann könnte das nach hinten losgehen. Also man sieht, die Notenbanker versuchen, diese Zinsdenkungsfantasien zu bremsen. Umso wichtiger, dass man bei den Schulden ein bisschen die Dinge im Griff behält. Denn je höher die Schulden bei höheren Zinsen, umso unangenehmer. Und dass die Inflation wieder zurückkommt und dementsprechend die Zinsen vielleicht nicht so stark sinken können. Das könnte auch durch diese Dinge im Roten Meer bedingt sein. Jetzt haben die Amerikaner, nachdem ein Schiff wieder attackiert wurde und getroffen wurde, offenkundig, im Roten Meer gesagt, meidet das Rote Meer. Also diese ganze Geschichte wird sich noch weiter verlängern. Das ist inflationär bedingte Lieferkettenprobleme. Tesla, Volvo müssen schon Werke schließen. Jetzt auch eben Katar, das keine LNG-Tanker mehr durch das Rote Meer fahren lässt. Und Katar ist unser zweitgrößter Erdgaslieferant. Also das könnte noch richtig kitzlig werden. Dann könnten die Notenbanken alles andere tun, als die Zinsen senken, wenn hier dieser inflationäre Druck wieder kommt. Und Holzmann hat genau diese Problematik ins Spiel gebracht mit den Hutis, mit dieser hartnäckigen Inflation. Der österreichische Notenbankchef, Ratsmitglied, die könnten gar nicht fallen, die Zinsen, sagt er in 2024. Man sollte nicht auf eine Zinssenkung setzen, so die erste Empfehlung als Artikel. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, zeigt mal, für was wir alles Geld ausgeben und ob das so wirklich sinnvoll ist. Man kann über alles diskutieren. Entwicklungshilfe, bla, blub, ist auch teilweise natürlich mit deutschen Firmen verbunden, die dann Aufträge bekommen. Alles klar. Aber wir fördern hier teilweise Sachen, wo man sich fragt, naja, muss das sein? Könnten wir dieses Geld nicht hier besser gebrauchen? Diese Frage ist legitim. Hier sehen Sie nochmal eine Aufstellung von vielen Dingen, die vielleicht nicht so wirklich sinnvoll sind. Und genau das ist ja auch einer der Punkte, dass die Leute sagen, Mensch, ihr gebt für alles Geld aus. Aber für uns reicht es irgendwie nicht. Das ist eine zentrale Kritik an der Bundesregierung. Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen am US-Feiertag. Wir sehen uns morgen zum Video aus Blick. Ich sage Sie aus. Ciao. Ich sage Sie aus. Ich sage Sie aus.